Liebe Gäste, liebe Mitarbeiter, wir freuen uns heute, dass wir hier in der Villa Irmgard sein können, denn sie wissen, dass wir seit Jahren mit einem tollen Team interessante Programme auf der Insel Usenum durchführen. Heute Villa Irmgard bedeutet Pressekonferenz. Pressekonferenz im Rahmen der Usenumer Literaturtage. Wir haben damals gemeinsam mit den Kaiserbädern eine Möglichkeit gesucht, etwas Interessantes als Saisonanfang zu finden und nachdem wir im Herbst die sehr erfolgreichen und ich muss gestehen wirklich Spaß machenden Musikfestival immer erfolgreich umsetzen können, so von Mitte September bis Mitte Oktober, haben uns gedacht, wir machen etwas anderes zum Saisonanfang, Ende März bis Anfang April rein und das sind die Usenumer Literaturtage und ich muss mich wirklich bedanken, dass ein sehr guter Freund, man kann wirklich sagen, mein Partner für diese gesamten kulturellen Programme, Thomas Hummel heute mit dabei ist. Hallo Thomas. Ja, hallo Rolf. Sehr schön, dass ich hier mit dabei sein kann. Prima. Wir wollen heute mal so ein bisschen darüber sprechen, was wir in diesem Jahr anbieten werden. Die Usenumer Literaturtage haben wir seit Jahren hervorragend etabliert. Vielleicht erst mal eine kleine Geschichte. Wie ist aus deiner Sicht das richtig entstanden und was haben wir momentan auch für eine verrückte Idee zum Beispiel mit der Jury. Warum gibt es so einen Preis auch, den wir dort mit aussprechen? Ja, genau. Am Anfang hatten wir auch Musik und Lesung beim Usenauer Musikfestival immer im September, Oktober und dann haben wir auch gedacht, Mensch, das sind so spannende Projekte, die können wir auch mal separat in einem eigenen Festivalformat vorstellen und das haben wir dann gesagt. Wir machen das dann im Frühjahr, im April, Mai und ja in diesem Jahr sind wir vom 3. bis 6. Mai am Start und am 27. und 28. Mai. Also wir haben es ein bisschen aufgeteilt und wir haben natürlich sagenhafte Leute hier mit dabei. Die Nobelpreisträgerin Olga Tokaczuk aus Polen wird extra zu uns reisen und zum ersten Mal ihr neues Buch Impulsion vorstellen hier dem deutschen Publikum auf einer deutsch-polnischen Insel. Das wird bestimmt sehr spannend. Und wir haben sie auch gewinnen können für die Jury, für die Jury von unserem Usedomer Literaturpreis, den wir vor einigen Jahren, fast zehn Jahren schon angefangen haben zu starten. Und sie war ja selber auch mal Preisträgerin von unserem Preis und wir freuen uns natürlich so eine renommierte Persönlichkeit gewinnen zu können. Und wir haben eine ganz tolle Schriftstellerin dieses Jahr ausgesucht in der Jury. Das ist Sophie Oxan aus Finnland. Sie lebt auch in Estland. Also sie ist wirklich eine wahnsinnig bekannte Schriftstellerin aus dem nordischen Raum und die wir hier eben auch in Deutschland präsentieren werden. Das wird bestimmt auch sehr spannend. Ja, daneben haben wir natürlich so große Koryphäen wie Thea Dorn. Sie ist die Leiterin des Literarischen Quartetts im ZDF. Ja, wirklich ein Bestsellerautor, eine Bestsellerautorin mit ihrem Buch Trost, Briefe an Max. Wir haben die Theaterlegende Peter Stein hier zu Gast, der das Berliner Ensembles wirklich zur Weltklasse geführt hat und allen großen Opernhäuser inszeniert hat. Also insofern wird das eine sehr spannende Sache. Wir haben viele Autoren mehr, aber das erstmal so von meiner Seite. Du hast schon erwähnt, zum ersten Mal haben wir etwas mit den Terminen abgewichen. Früher war es ja März, April, jetzt Mai. Man muss ja gestehen... Da gibt es einen Grund, weil ausgerechnet zu der Zeit, wo wir die Literatur geplant haben, wurde die lange immer hin und her verschobene Leipziger Buchmesse hingelegt und wir dachten, die Konkurrenz zur Leipziger Buchmesse wollen wir nicht machen, weil dort sind alle Literaturinteressenten in Leipzig und deswegen haben wir gesagt, wir sind so flexibel und lassen Leipzig den Vortritt und machen dann Anfang Mai, dann nach der Leipziger Buchmesse dann unser Festival. Und man muss ja gestehen, der Name Olga Tokatschuk, der geht uns mittlerweile wie Öl über die Zunge. 2014 haben wir sie ausgezeichnet mit dem Usdomen Literaturpreis. Was heißt das? Sie kriegt eine Geldsumme, das können Literaten immer gut gebrauchen und wir schenken ihr Zeit. Ein Monat kostenlosen Aufenthalt in unserem Ahlbecker Hof, direkt an der Strandpromenade. Ich gebe zu mit einem kleinen Hintergedanken. So nehmen sie Impressionen von der Insel, von dem Hotel, von Mitarbeitern, von Gästen auf und wir hoffen, genauso wie in der Vergangenheit, dass ein Fontane, ein Maxim Gorki, ein Leo Tolstoi hier vieles von der Insel aufgenommen haben, als sie hier waren. Hoffen wir auch, dass die Preisträger etwas mit übernehmen. Das haben wir mit Radka Denemarkowa geschafft, der ersten Preisträgerin, die dann einen Weg zum Glück, wunderbare Impressionen von der Insel mit übernommen hat. Oder Jaroslav Rudisch, der Preisträger 2015, der dann auch über ein Penne-Münde 30 Seiten geschrieben hat, in Winterbergs letzte Reise. Also man sieht ein Konzept, was richtig aufgeht. Und mit Olga Tokatschuk haben wir natürlich ein super Glück gehabt. Denn was ist ihr erfahren für das Jahr 2018? Ja, sie hat den Nobelpreis bekommen. Den Literaturnobelpreis. Das heißt, wir haben Jahre zuvor schon die Vision gehabt, mit einer tollen Jury jemanden so auszuzeichnen. Und in der Jury haben wir sie jetzt auch gewinnen können. Das heißt, immer die Preisträger in diesem Jahr werden von Manfred Osten, von Dr. Andreas Kossert mit ausgesucht. Und sie ist mit in der Jury drin. Da geht es richtig immer drum, dass wir etwas mit Grenzthemen besprechen und dass wir natürlich Leuchttürme setzen, die auch in der Zukunft bei uns bekannt werden, aber natürlich ein Aushängeschild für die Region sind. In diesem Jahr, wir haben noch weiter Peter Stein dort, Christopher Clark. Also auch interessante Persönlichkeiten. Und wir freuen uns diesmal mit einem besonderen Programm. Wir haben Frau Klesmann auch mit da. Genau, wir haben zum ersten Mal zwei Literaturgottesdienste, bei denen die frühere Bischöfin Klesmann eben bei uns zu Gast ist. Und wir freuen uns natürlich ganz sehr, dass sie hier das macht. Sie hat ja hier auch ein Ferienhaus sozusagen, ist im Prinzip Teil der Insel. Und wir freuen uns, dass sie hier aktiv mitmacht und in Literaturgottesdiensten sich mit einbringt. Da sind wir sehr dankbar. Und vielleicht darüber hinaus einfach auch nochmal meinen Dank an die Förderer, die Seetel Hotelgruppe, ganz großer Förderer des Literaturpreises und auch der Literaturtage und natürlich auch die Kaiserwäder, der Eigenbetrieb. Und ganz herzlichen Dank an die Bürgermeisterin, Frau Laura Marisken und natürlich Herrn Heilmann, den Kurdirektor. Also wir freuen uns sehr über diese große Unterstützung. Ja, und nochmals die Termine. Also 3. bis 6. Mai und am 27. und 28. Mai, um solche Persönlichkeiten hinzukriegen, mussten wir das jetzt auch mal auf zwei Termine legen. Aber ich bin sicher, für jeden ist etwas dabei. Also unbedingt vorbeikommen. Die Insel hat wieder Tolles zu bieten. Thomas, vielen Dank. Erfolgreiche Tage. Vielen Dank. Herzlich Willkommen. Vielen Dank.